Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LunarMagic Tutorial. Heute schauen wir uns den Layer 2 an, oder Layer 2, da der etwas komplizierter ist und ich den lieber in einem extra Video erkläre. Als Beispiel habe ich mir jetzt dieses typische Castle ausgesucht. Hier seht ihr schon oben Layer 2 Smash 1. Und zwar, wenn ihr in euren Sprite Editor Mode geht, habt ihr hier Special Commands and Generators. Da seht ihr zum Beispiel schon Bullet Bill Shooter, dann kommen welche von der Seite geflogen, oder Autoscrolls, aber hierbei speziell haben wir jetzt Layer 2, Smash 1, 2 und 3, Layer 2 Scroll, das ist in den Höhlen diese gelben Sandblöcke zum Beispiel. Wenn ihr das platziert habt, wird alles, was ihr während ihr den Layer 2 Modus aktiviert habt, so wie es hier geschrieben steht, praktisch smaschen, also nach unten krachen, um es mal so auszudrücken. Das ganze Problem dabei ist, wenn ihr einen Layer 2 habt, der Background, der Hintergrund, funktioniert nämlich genauso. Der Background Layer 2 ist nämlich, wie man schon hört, auch ein Layer 2. Das heißt, wenn ihr den Layer 2 als Level-Element benutzt, könnt ihr keinen Hintergrund mehr haben. Dafür, seht ihr hier schon, gibt es den Layer 3, den aktiviert ihr hier. Und in diesem Tileset, das ihr ausgewählt habt, das ist hier bei Windows, also diese, ja, diese Fenster in der Wand. Der Layer 3 ist also notwendig, wenn man Layer 2 nicht als Hintergrund, sondern als Level-Element haben möchte. Den Layer 3 könnt ihr auch bearbeiten, indem ihr auf der Overload auf File, Layer 3 Level, Load Layer 3 auf Level klickt. Dann seht ihr hier schon, das ist so. Das Ganze könntet ihr auch ein bisschen verändern, je nachdem wie ihr wollt. Das ist ganz euch überlassen, ob ihr das verändert. Ich hab's noch nie gemacht, das Ganze ist auch nicht so leicht. Habt dann eure X-Graphic-Teils, geht in den Layer 3 Editor auf der Overload und puzzelt da eure Teils praktisch zusammen. Das ganze Problem ist nur, das hört sich sehr leicht an natürlich, Layer 2, Smash 1 und Layer 2, Smash 2 funktionieren nicht so einfach, wie man denkt. Und zwar funktionieren diese Skewers hier, Dorn-Säulen, wie auch immer ihr die nennt, nur auf bestimmten Stellen, die ihr platzieren könnt. In anderen werden die verglitscht runterkrachen, ohne euch überhaupt zu berühren. Das Problem ist, dass man nicht wirklich wissen kann, wo genau diese Stellen sind. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen rumprobieren oder ihr benutzt einfach nur diese originalen Level und verändert da ein bisschen was. Anders ist das bei dem Layer 2, Smash 3, Command. Da funktioniert das an jeder Stelle. Ein weiteres Beispiel ist dieses Höhlen-Level hier, das kennt man ja auch. Zwar ist das Auto-Scroll-Special-1. Das heißt, es scrollt und zusätzlich noch den Layer 2. Solltet ihr den Layer 2-Generator nämlich platzieren, könnt ihr wahrscheinlich, soweit ich weiß, kein Auto-Scrolling mehr hinzufügen. Das heißt, um es anders zu sagen, dafür braucht ihr dieses Auto-Scroll-Special-1 oder ihr programmiert es euch selber, wenn ihr das braucht. Hier in der Höhle sieht man natürlich auch, sind diese Felsen der Layer 3-Background. Da gibt es natürlich noch andere Level, zum Beispiel hier in dem Wasser-Level. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch so, wie es soll. Goldfish. Also hier diese kleinen Fischchen, das ist auch Layer 3. Und auch dieses Wasser hier bei den Delfinen ist ein Layer 3-Wassereffekt. Solltet ihr einen Layer 3-Effekt haben, der kein Hintergrund ist, darf Layer 2 nur ein Hintergrund sein und kein Level-Element. Um das Ganze jetzt etwas komplizierter zu machen, nehmen wir mal Level 1, also in der Level-Nummer Level 1. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir schon unten links, Layer 2 is currently set to use an image, not objects, use a background editor. Das heißt, hiermit könnten wir jetzt den Hintergrund verändern. Allerdings wollen wir den Layer 2 ja als Modus im Level haben. Um das zu tun, klickt ihr hier auf den Mario-Kopf. Wie bei seht ihr schon, Layout Horizontal, Layer 2 Background. Klicken wir jetzt mal auf 1, Horizontal Level, Layer 2 Level Interact No. Das heißt, es ist im Level vorhanden, aber man kann damit nicht interagieren. Bei Level-Modus 2 ist das schon wieder anders. Dabei haben wir Layer 2 Level und Layer 2 Interact Yes. Wenn wir das jetzt anklicken, kommt natürlich die Warnung, dass gewisse Dinge gelöscht werden, wie zum Beispiel der Layer 2 Hintergrund. Jetzt können wir einfach im Layer 2 platzieren, wie wir wollen. Wir wählen dafür natürlich irgendeinen Sprite aus, Layer 2 Smash 1 zum Beispiel. Ihr müsst das auch so platzieren, dass da nicht Make Glitch dabei steht. Das ist meistens hier ganz oben. Sobald man ein bisschen runter geht, steht wieder Make Glitch. Ihr müsst da ein bisschen mit ausprobieren. Das kann manchmal etwas tricky und sehr nervig sein. Und ich habe da auch schon viele schlechte Erfahrungen mitgemacht. Nur mal als Beispiel Layer 2 Scroll. Range 6 sind dann 6 Blöcke. Range 11 sind dann 11 Blöcke und so weiter. Das ist dann in den normalen Höhlen. Da scrollt es dann einfach 6 Blöcke hoch und dann wieder 6 Blöcke runter. Das ist ja ziemlich selbsterklärend. Dann gibt es noch Special Layer 2 Commands. Zum Beispiel Cause Layer 2 to Fall. Das heißt einfach nur, dass der runterfällt, ohne zu bremsen. Layer 2 On-Off-Switch-Controlled. Das ist ziemlich klar. Man kennt ja den On-Off-Switch-Sprite. Okay. Der On-Off-Switch ist also kein Sprite, sondern ein Block. Tut mir leid. Und wenn ihr da dran springt, hört der Layer 2 dann auf, nach unten zu scrollen und scrollt wieder hoch, bis er am Maximum angelangt ist und geht dann automatisch wieder runter. Das kennt man ja aus dem einen Level mit der Stacheldecke, die einem immer näher kommt. Jetzt könnten wir dem Level natürlich einfach ein Layer 2 Level bauen. Ganz wie wir lustig sind. Mario wird von einer nackten Röhre erschlagen oder sonst was. In dem Fall hier haben wir jetzt natürlich keinen Layer 3 Hintergrund, sondern nur den Beta-Cade. Das Problem ist, dass dieser Layer 2 Hintergrund nur in Wasserleveln, Höhlenleveln und Schlössern funktioniert. Und in den anderen Level-Modis müsstet ihr euren eigenen Layer 3 Hintergrund machen. Der Beta-Cade ist einfach nur diese verglitschte Grafik. Vielleicht könnt ihr die auch irgendwie bearbeiten, wenn ihr da lustig seid und damit ein bisschen rumexperimentieren wollt. Um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, würde ich sagen, ändern wir noch mit dem Level-Modus. Jetzt haben wir Layout Vertical. Jetzt haben wir also ein vertikales Level mit Layer 2 Effekt. Dabei gibt es, soweit ich weiß, nur einen Sprite für. Dafür gibt es hier das. Und zwar Layer 2 Scroll, Scroll L. Set Layer 2 Horizontal Scroll to None. Dazu kommen wir gleich. Hier das sah einfach nur aus, dass von links nach rechts diese Layer 2 Teils sich bewegen. In einem vertikalen Level. Für mehr ist das auch überhaupt nicht. So, umstellen muss man das ganze Layer 2 gedüns in diesem Change Other Properties. Hier müsst ihr also Horizontal Scroll einstellen, zum Beispiel. Das Ganze ist etwas extrem nervig, weil man praktisch alle durchprobieren muss, wenn man nicht gerade ein super Experte ist. Deshalb würde ich euch empfehlen, guckt ihr einfach in die originalen Level, wie das da gemacht wurde. Hier ist es zum Beispiel None und None. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr No Vertical Scroll einfügt. Sollte Mario nämlich springen und hier wäre ein Vertical Scroll, ohne dass das Level ein Autoscroll Special wäre, würde der Layer 2 genauso springen wie Mario auch. Das heißt, er würde mit einem hoch springen. Und da das Ganze etwas komisch aussieht, wenn ein gewisser Boden einfach nur nach oben springt, solltet ihr Horizontal, nein, Vertical Scroll einfach auf None stellen. Am besten ist es, ihr probiert einfach ein bisschen mit dem Layer 2 rum. Da wird schon was Ordnendes bei rumkommen. Der Layer 2 benutzt übrigens auch eine eigene Palette, wie man hier ja sieht. Das sind eigentlich die gleichen Teils wie hier der graue Boden auch, ist aber durch die Layer 2 Palette gelb. Könnt ihr natürlich auch verändern, wenn ihr das möchtet. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Fragen in die Kommentare oder auf meinen Discord-Server. Und ansonsten bis zum nächsten Tutorial, habt einen wunderschönen Tag und Tschüssi.